Ja. Bei dir, Wonta, hast du schon die Horslis voll? Auf jeden LP, den ich verliere, oder beziehungsweise, ja, Leakpoint, bekam ich eine Ofenkartoffel. Von dir. Nö, ich glaub nicht. Was sagst du, nö? Naja, ich hab grad so das Für und Wider abgewogen und bin dann ganz klar. Ich hab dich voller Hingabe heute gehealt. Nö, ich bin ein paar Mal gestorben. Hast du dich halt Stun locken lassen, ey? Nö. Wie soll ich denn gegen TSM bestehen? Ach, die sind nicht mal zur WM gefahren, die Colmex. Der eine Hedge ist ein Smurf. Kann er doch sein. Oder hast du... Wieso? Äh, spielt eigentlich Faker TFT? Keine Ahnung. Nja, 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 nja. Tausend Tore sollst sterben. Kommt noch. Ich hab sogar... Oh, ich hab sogar Lukien hat das. Wow. Da fängt's an, die Sabotage. Ich hab's noch nie. Nja. Ich will... Hätte gern... Ähm... Mehr... Mehr... Dingens... Mehr... Mehr Minion Waves. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Mehr Items. Okay. Möchtest du das an Riot schreiben oder soll ich's machen? Du bitte. Gezeichnet Tons of Damage. Ist das dein Pseudonym oder... Wie stelle ich mir das jetzt vor? Dann denken sie es kommt von Freak und damit werden sie es umsetzen. Hm. Klingt plausibel. Wer hat schon jemand in Titanic Hydra? Na und sind halt zwei Items. Beziehungsweise eins fehlt wenn man das aus der Mitte rechnet. Oh ich hab zwei Handschuhe. Ha. Ha. Dann weiß ich ja wer mindestens Top 4 wird. Hm ich hab nur keine Ahnung was ich mit den Handschuhen mache. Einzelnen legen oder einmal die Diebesfäustlinge. Ja. Ich behalte es erstmal. Ich bin die Dingsfeuerste broken. Diese Dieb. Na gut es kommt dann auch drauf an auf welchem Champion. Ich war das auf Poppy und von da auf bin ich von letzter Platz auf zweiten Platz gekommen. Iceborne Gunlets ist eher für Shen. Ich hab noch nie gesehen dass die ausgelöst wurden. Na nimmst du für Shen. Da hast du ja Permadoge. Ha. Na komm jetzt machen wir ein bisschen Damage hier hinten. Und warum. Na komm. Keine Paare, hey. Oh, meine Tristana ist kaputt. Kaputt? Ja, ja, weil Zett hat sie angesprungen. Ah lol, tja, Camille hat Agro von ihr runtergeholt. Ist aber nett. Hä, warum lauert Zett mir gerade dazwischen? Frech. Ich drück dir die Daumen runter. Wenn ich jetzt gegen dich antrete. Ich glaub das kannst du gewinnen, ich hab nischt. Ich hab auch nix. Oh, der hat zwei Paares bekommen, dieser Lacker. Das würde weh tun. Was gibt's besser als nen Zweier Garen im Early Game? Das stimmt. Jetzt zweier Shyvana. Im Early Game. Shyvana gehört nicht gerade zum Early Game dazu. Wie ist so contested hier, hey? Wieso, was suchst du denn, ey? Mach mal ne Taktikänderung, hey. Geh mal den Leuten mal so richtig auf den Sack, hey. Sieht auch nach ner in Ordnung Taktik aus. Musst du nur Pärchen finden. Ja, aber extrem viele, viele, äh, was hab ich? Wild Spieler und, und hier, äh, Knights. Knights sind komischerweise halt echt stark gerade. Ich weiß gar nicht woran das liegt. Ich glaub, es geht nur darum, dass sie lang genug den Carry am Leben halten können. Mom, was soll des? Das ist n Park Bärin. Ist es wirklich? Ja. Ja. Boah, da liegen immer noch Handschuhe. Selbst wenn ich jetzt einen bekäme, wollte ich niemals später noch einen bekommen. Der ist doch allein schon gut. Ich wüsste kein item was mir da noch gefällt war. Okay. Dann können wir ja Handschuhe verteilen. Wem geben wir? Wir geben sie Garen spontan. Was war noch mal Rageblade? Stab und Bogen. Ui. Ich hab schon den Fearblade Master. Ui 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 ui. Wieso krieg ich eigentlich diese Runde keine Pärchen zusammen? Kommst doch. Ach das war der Nobel-Buff. Verstehe ich. Eigentlich können wir das ihr erstmal geben. Oh. Hm. H. H. Ich spiele gegen H. Ich spiele da so dummer Garen. Tötet ihn doch. Oh. Oh. Ah. Oh. Hm. Hm. Oh, du hast ja voll keine Pärchen. Oh, du hast ja voll keine Pärchen. Oh, du hast ja voll keine Pärchen. Ich hab ja voll keine Pärchen. Ey, gib mir doch Pärchen. Oh, ey. Ey, der Schuss war draußen von Wöln. Da war 1000% draußen. Ach was. Ich hab den Beulchen stecken gesehen. Ist schön, wenn ihr euch versteht. Ah, da haben wir sie doch. Ich hab den Beulchen. 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 Warum genau verfehlt Garon 50 von 60 Schüssen? wenn er doof ist wegen den Handschuhen die geben doch 20% Dodge 10 10 nicht 20 wenn sie zusammen sind das weiß ich nicht ups na gut kriegt hier auch mal was anständiger und ach Lizzy warum bist du denn da hingegangen ja echt 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 ey schieß halt ins nichts ja 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 hm hm die Chance ist groß dass ich was bekomme was ich auch haben will ja ich kann mir schon gut vorstellen was du damit bauen willst eine warme Deckel ne es fängt mit Dornen an und hat mit Panzer auf das ist möglich das ist möglich ja bin ich jetzt noch so was wie eine Frontline zusammen kriegen würde ja 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 die ne k ne da Ich habe das Gefühl, dass ich das mit letztem Platz aufhöre. Wieso? Sei mal nicht so negativ. Hat eine Leona gerade mit ihrem Ulti meine Ash gewonshottet? Und zwar, Varos hat gerade meine Leute alle gekillt, weil er keine API-Idense hat. Wahnsinn. Okay. Oh, Moment. Ich brauche Tanks. Wo sind die Setshoes, wo sind die Poppys? Seju ist aber ein bisschen später, ne? Bist du erst fünf? Ja schon, aber ich brauche Frontliner. Ja, aber Seju bist du doch erst viel später. Oh, nochmal Handschuhe. Wow. Hm. Oh, wow. Blitzel. Oh, hell yeah. Oh, hell yeah. посNa Wayne. Oh, hell... Das war schon. Oh, okay. Oh, oh, was lasts. Hey, Bonta. Hallo, Zéfi. warum hat deine Ashen ein Rabadon äh deine Vayne? weil sie damit 26% hp schaden macht und ich kein anderes item zusammen kriege. ach echter skaliert? ja. wow ist ja cool. wusste ich gar nicht. hey du hast ne poppy ja keine Haltjumps. poppy allein will da nix viel machen der leo stun hält so lange guck mal da ist ein raum oh la 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 la. ii brauche items. und das spiel mobbt mich dass es so viele handschuhe diesmal gibt. ja ne? oh da hat schon den Driven mit Dingens da will imperial auch noch buffen. oh da ist ugly der erst platzierter da jetzt füsen die und ich kann es nicht ändern toll doch 20 ausweichen gegen die sieve gloves diesmal war mein bolzen schneller als dein pfeil najaaa das war ne ausnahme. whatsapp er hat aber auch Glück gehabt mit seinen items ich hab keine economy ja jetzt tauchen die hackstackleute auf ja. vielen lieben dank ich hab mich so über in der weile level 2 gefreut oh oh benjamin lymian er auch mein 23 das war das war immer gleich ich bin ich bin ich bin du Ich habe ihn fast runtergekriegt, wäre der Shen nicht gewesen. Welcher Shen? Oh, danke dir. Von dem Erstplatzierten. Ich habe zwei Lissi auf dem Feld. Wollte ich doch gar nicht. Ich bräuchte zwei Level. Dann kann ich den Guardian einholen. Zwei Level ist recht viel. Ja. Aber reicht es nur, wenn ich Top 4 wäre? Dann verliere ich glaube ich kaum oder nur wenig LP. Ach, ist egal. Seit ich jetzt schon wieder aufgestiegen bin, ist egal. Ja, aber ich wäre jetzt zumindest die Season Reward für Gold. Immer. Ja. Du hast am Anfang gesagt, du glaubst nicht mal wirklich an Silber. Nein, ich habe gesagt, ich bin mindestens Silber. Also Maximum Silber. So rum. Okay. Oh, der Niko hilft. Das ist nett. Das Game ist gegen mich. Ich hätte schon fast ein Dreier Morde, wenn er den Fall nicht gefused hätte und ich ihn wegmachen hätte müssen. Und die sieht auch noch gut aus dabei. Und die sieht auch gut aus dabei. Und die sieht auch gut aus dabei. Ich glaube nicht immer, dass ich noch bis zum nächsten Rondell lebe. Ich glaube nicht immer, dass ich noch bis zum nächsten Rondell lebe. Einde. Und die rafalte. Ich bin hier. Okay. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und jetzt. Ich finde die Chiwana so scary wenn sie selber sind, vor allem wenn ich sie mit 3 Items sehe. Dein Wauf macht echt damage? Das andere kann er ja auch nicht. Ich mag ihn bloß nicht. Robert nehmen wir ihn jetzt schönes. PD wäre natürlich auch nice gewesen. Fertig. Und... Okay. Ja, ist ja easy. Wie hast du Braum so schnell getötet? Krass. Ich mache 26% AP-Damage. Woher liefst du eigentlich 26%? Mach Rechtsklavier und Hover über ihren Skill. 13. Das steht bei mir. Verursacht 26% das maximale Leben des Ziels. Hm. Feuer aus allen Ruhen! Wow, werd ich zerlappt. Wuddel Wuddel! Aua, bin raus. Sorry. Ich habe jetzt zu lange gebraucht um, wieso warst du das? Nee. Hi Bonta, bist vor mir. Ja Bonta. 9 LP verloren. Ach du gehst direkt raus, bist du ein Arsch. Warum? Dann tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Geh doch. Geh doch. Geh doch noch. Und da... Varf wäre mir ... mein Unter Bond ent 1900fvet flessung. Wo sind eigentlich die anderen beiden heute? Koma, tot und Mundgeruch. Aber im Wechsel. An wen gibt's das mal? Ich hab ja noch einen Zwingen, aber eigentlich kriegt die nicht mehr unter. Ja, jetzt dachte ich, geh ich Nights. Dann haben alle Leute Nights geschwittert, oder wie andere Leute noch Nights. Dann hat sich Hextack angeboten. Na? Na? Mach einmal, dann hab ich noch. Komm schon. Bist schon mal mindestens Dritte. Hm. Na ja. Na ja. Na ja. Du bist so gut. Ja. Na ja. Na ja.